Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Eine meiner absoluten Lieblingspfeifen of all time. Die Mo's Breeze geht in die zweite Runde. Die Breeze 2 kommt raus und ich habe sie am Start. Ich habe sie schon ein bisschen länger, ich konnte sie schon ein bisschen testen. Meine Gedanken zu der Pfeife, alle Infos zu der Pfeife, die ich bis jetzt sammeln konnte, habe und so weiter in diesem Review. Aber erstmal nach dem Intro was ganz Leckeres für euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja Leute und damit willkommen zurück beim Review von der Mo's Breeze 2. Ich hoffe der kleine Shisha Porn hat euch gefallen. War insane viel Arbeit, aber ich bin selbst super super happy wie es geworden ist. Ihr habt schon viele Feature von der Pfeife gesehen, aber wir reden da auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer drüber. Erstmal Preis und Lieferumfang im Lieferumfang enthalten für 150 Euro sind die Pfeife an sich und das Mundstück, aber ohne diese Verlängerung. Das heißt, ihr könnt ihr könnt das Mundstück auch auseinander schrauben und habt dann praktisch das Mundstück, das normal so lang ist. Ihr habt schon einen Sleeve dabei. Bei den Sleeves ist immer eins für die Rauchsäule von der Pfeife und immer eins für das Mundstück, Sleeve vom Mundstück mit dabei. Macht Sinn. Also ihr habt da immer dasselbe Sleeve am Mundstück wie auch an der Pfeife, was ein sehr, sehr cooles Detail ist. Was auch inklusive ist, die ganzen Blow-Offs. Alles, was ihr in dem Porn eben gesehen habt, die vier verschiedenen Entlüftungsvarianten, sind alle schon mit an Bord. Das ist kein Upgrade, was man kaufen kann. Generell habe ich hier kein Upgrade an der Pfeife. Klar, der Kopf und der Kopf-Aufsatz ist von mir und am Mundstück habe ich die Extension, auf die kommen wir gleich nochmal. Aber ansonsten ist das das Ding, wie ihr das bekommt und genauso wie ihr es im Porn gesehen habt. Und die Pfeife mit vier verschiedenen Entlüftungssystemen für 150 Euro ist schon insane nice. Das einzige, was im Set fehlt, ist ein Schlauch, aber ihr wisst ja Bescheid, Code SWG und ihr bekommt noch einen Schlauch dazu, was natürlich jetzt umso mehr Sinn macht bei der Pfeife, wenn man die Pfeife unter das Mundstück bekommt. Dann braucht man natürlich noch den Schlauch. Also denkt da an die Codes. Kopf ist nicht dabei, aber ich denke, die meisten Leute, die sich die Pfeife dann holen, die werden schon einen gescheiten Kopf haben. Ich finde es immer besser, wenn Leute keinen Kopf dazugeben und die Leute sich dann lieber einen richtig anständigen Kopf holen. In meinem Fall jetzt der 3D-gedruckte Konzeptik-Kopf mit dem Kalout 1 Plus obendrauf. Und wen es interessiert, gerade läuft ein Röntchen Black Nana. Ja, aber ich würde sagen, wir hangeln uns da erstmal ein bisschen an den normalen Review-Punkten entlang. Als erstes kommen wir da zum Aufbau. Das zeige ich euch aber nochmal in einem Extra-Clip. So, und dann kommen wir auch einfach mal direkt zum Aufbau. Hier sehen wir als erstes die Base mit den fünf Kugeln oben drin. Auf, da sehen wir die fünf Kugeln, da kommen die rein. Unten sehen wir das Mose-Logo, oben drüber den Schlauchanschluss. Das ist schon der Ring, der entscheidende Ring für das Blow-Off. Je nachdem, wo ihr diesen Ring dann verbaut, könnt ihr in verschiedenen Methoden entlüften. Wollt ihr nicht an der Base entlüften, nehmt ihr einfach diesen anderen Ring, der nicht diese Entlüftungsdinge habt. Dann kommt das Tauchrohr mit den schönen Schnitten an der Seite. Das wird dann oben mit dem Ring verschraubt. Das heißt, kein Gewinn ist in Plastik, das ich irgendwie schnell abnutzen könnte, sondern nur am Metall. Unten ist der Diffusor, den können wir entweder so rum drauf schrauben, dass die Diffusor-Seite nach unten hängt. Oder wir können das Ganze auch wieder abschrauben. Einmal umdrehen und mit der geschlossenen Seite, also ohne Diffusor-Wirkung, nach unten dranschrauben. Ich mag es aber eigentlich lieber mit Diffusor, deswegen werde ich das Ganze jetzt nochmal umdrehen und so rum dranschrauben. Dann kommt oben unsere Rauchsäule dran. Die schrauben wir auch einfach oben in den Ring, der ja schon mit dem Tauchrohr verschraubt ist. Gewinde laufen auch alle sehr, sehr angenehm. Man hat auf jeden Fall einen schönen Druckpunkt am Ende. Dann packen wir mal unser mintgrünes Sleeve oben drüber. Und ich werde das am Anfang jetzt erstmal so umbauen, sodass man unter dem Teller entlüften kann. Der Ring wird dann einfach wieder in die Rauchsäule geschraubt. Dann können wir unseren Teller draufsetzen. Da muss man einfach ein bisschen drauf achten, dass das Ganze mittig sitzt. Wenn man noch darauf achtet, dass man das Ganze filmt, wird es natürlich noch ein kleines bisschen schwieriger. Aber normal hat man das relativ schnell raus, dass man da alles mittig hält. Wie gesagt, jetzt mit Kamera dabei ist das Ganze noch ein bisschen fummeliger, wenn man das eben noch zeigen will. So, und so hätten wir schon den Blow-Off unter dem Teller verbaut. Und so wäre das Ganze auch schon fertig und wir könnten es jetzt auf die Bowl stecken. Aber ich zeige euch natürlich auch noch, wie man die anderen Entlüftungsmethoden umbauen kann. Dafür schrauben wir einfach wieder den Kopfadapter ab, nehmen den Teller runter, schrauben den Ring einmal wieder ab. Funktioniert auch alles sehr, sehr gut. Also wie gesagt, von den Gewinden her alles wunderbar. Man hat keinerlei Gewinde, die irgendwie in Plastik reingehen oder so. Das passt alles. Dann setzen wir den Teller drauf und ihr seht schon, dass der Teller ein bisschen breiter ist. Das muss man dann wieder mit dem Ring zentrieren. Das heißt, jetzt gucken, dass der Teller gerade sitzt. Dann verschraubt man einfach oben den Entlüftungsring. Dann passt das. Wie gesagt, normal geht das Ganze ein bisschen einfacher. Wenn man versucht, dabei noch zu filmen, dann wird es ein bisschen tricky. So, da können wir jetzt wieder den Kopfadapter drüber schrauben, ohne dass wir den zweiten Teller einsetzen. Und so hätten wir dann den Blow-Off, das es nach oben diagonal am Kopf vorbei entlüftet, was auch auf jeden Fall sehr, sehr nice aussieht. So, die eine Methode, die ich nicht komplett aufgebaut habe, die habt ihr am Anfang gesehen, da kann man von der Base nach oben entlüften. Und jetzt kommen wir noch zu der letzten Methode. Dann nehmen wir noch den zweiten Teller. Wie gesagt, im Lieferumfang enthalten. Ihr müsst euch da nichts extra verkaufen. Der Teller ist auch schon dabei. Und dann schrauben wir da drauf wieder den Kopfadapter. Und so hätten wir dann den schönen Blow-Off. Auf die Bowldichtung natürlich noch dran. Wenn eure Pfeife ein bisschen wackelt, könnt ihr in dem Schritt da drunter, unter diese Dichtung noch ein bisschen Tape packen. Dann packt ihr das Ganze auf die Pfeife. Wenn es ein bisschen schwer geht, so wie bei mir hier, könnt ihr das Ganze noch ein bisschen anfeuchten. Und dann funktioniert das Ganze wunderbar. Und dann sollte es auch sehr, sehr nice sitzen. Ja, den Aufbau habt ihr gesehen. An sich relativ simpel. Bis es dazu kommt, noch die verschiedenen Blow-Offs umzubauen. Das ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit. Man kann nicht einfach so easy hin und her switchen. Aber es ist einfach super geil, dass die Pfeife mit vier potenziellen Entlüftungsvarianten kommt. Und je nachdem, wo ihr dann eben was zusammenbaut, entlüftet die Pfeife anders. Was ich echt mega nice finde. Und ich kenne keine andere Pfeife, wo man das so nice umbauen kann. Bei der neuen Prime Pro X von Stimulation kann man das live umstellen. Ich finde das Entlüften bei der Breeze sieht geiler aus. Aber bei der Pro X ist es leichter umzustellen. Das sind da so die Unterschiede. Ansonsten kann man bei der KFS noch umbauen, dass sie am Kopf bzw. am Kohleteller entlüftet. Aber auch nicht so nice, wie das bei der Breeze 2 ist, finde ich. Also das ist schon mal ultra, ultra nice. Das heißt, der Aufbau an sich easy. Aber mit dieser kleinen Besonderheit, dass man halt gucken muss, wie man sie zusammenbaut. Weil je nachdem habt ihr dann natürlich das Blow-Off. Ich habe jetzt für mich meistens das Blow-Off am Teller genommen. Sieht einfach wahnsinnig geil aus. Ich kann es euch gerade nochmal zeigen. Ihr habt es ja schon im Porn eben gesehen. Aber ich zeige es euch trotzdem nochmal. Einfach wahnsinnig geil. Jetzt habe ich relativ doll gepustet. Man kann aber auch ein bisschen weicher pusten. Und dann bildet sich hier so ein wunderschönes Bett aus Rauch auf dem Teller. Und läuft dann langsam von dem Rand runter. Was halt auch wahnsinnig nice aussieht. Einfach geil. Also mit dem Ding, Insta-Posts, Insta-Stories, TikToks, WhatsApp-Stories, was auch immer ihr wollt. Sieht einfach brutal aus. Hier entsteht gerade so ein kleiner Rauch-Tornado über meinem Kopf, wo der noch hochzieht. Also die Blow-Offs sind der Wahnsinn. Und das in der Pfeife für 150 Euro mit den vier Varianten. Einfach Endstufe. Endstufe. Sehr, sehr nice Ding. Aber wir kommen erstmal zum nächsten Punkt auf unserer Review-Liste der Verarbeitung. Also für 150 Euro bekommt ihr eine Pfeife, die gut verarbeitet ist. Es ist natürlich eine POM-Base. Also aus Polycarbonat. Sprich aus Plastik. Das ist natürlich nicht dieses billige Plastik, das man jetzt von irgendwelchen Verpackungen oder so Frischhaltefolieplastik oder so auf keinen Fall verwechseln. Das ist schon ein gutes Plastik. Also auch Plastik hat da natürlich verschiedene Härtestufen und Qualitätsstufen. Das ist okay. Und bei Pfeifen, die so an dieses russische Design angelehnt sind, ist es gar nicht ankommen oder ungewöhnlich, dass das eben aus so einem schwarzen Polycarbonat besteht. Wäre Edelstahl besser? Ja, schon. Allein von der Langlebigkeit her wäre es wahrscheinlich besser. Aber die Breeze hat den schlauen Schritt gemacht, dass man die Gewinde nicht in das Plastik schraubt, sondern die Rauchsäule bzw. diesen kleinen Adapter hier, dass man den mit dem Tauch auf verschraubt. Das heißt, ihr habt keine Gewinde im Plastik. Also sollte das auch langlebig sein, weil die eben nicht andauernd was in Plastik schraubt und wieder reinschraubt, sondern das geht nur durch und wird dann eben miteinander verschraubt. Was auf jeden Fall ein schlauer Schritt ist. Ansonsten, ich habe keine Kratzer, ich habe keine Rückstände, ich habe keine scharfen Kanten. Also auch hier am Teller, der ist schön abgerundet. Das ist bei vielen anderen Pfeifen, die aus China kommen, die auch mehr kosten als die Breeze manchmal anders. Wenn man zum Beispiel bei so einer Hawk über den Teller geht, da merkt man schon, dass das ein bisschen scharfkantig ist. Das ist hier aber auf keinen Fall so. Was ich auch cool finde, ist eine kleine Neuerung am Schlauchanschluss. Mose setzt leider immer noch nicht auf einen kompletten Schliff. Es ist aber mehr in die Richtung von einem Schliff gegangen. Ihr habt praktisch die Form von einem Schliffanschluss, aber mit einem weiteren O-Ring unten an dem Schlauchanschluss. Das heißt, es geht relativ easy rein wie bei einem Schliff. Und dann habt ihr nochmal so, weiß ich nicht, 5 mm, wo ihr nochmal ein kleines bisschen drücken müsst. Aber es geht viel, viel besser als bei der Breeze 1. Also auch da auf jeden Fall eine nice Weiterentwicklung am Start. Ja, oder auch beim Mundstück habe ich keinerlei Fehler, keinerlei Kratzer. Die Rendelungen sind alle sehr, sehr schön gemacht. Auch das Mundstück ist nicht irgendwie scharfkantig vorne. Das heißt, die Verarbeitung für eine 150-Euro-Pfeife mit diesen Featuren ist auf jeden Fall gut. Geht da mehr im Sinne von mehr Edelstahl oder Made in Germany vielleicht irgendwann, weil für 150 Euro, das kann nicht Made in Germany sein. Das wäre zu krank. Aber die Verarbeitung ist vollkommen okay. Für 150 Euro in dem Paket absolut in Ordnung. Sehr, sehr nice. Der nächste Punkt auf unserer Liste ist die Optik. Und wie immer, Leute, die Optik ist subjektiv. Das Ding muss nicht mir gefallen, beziehungsweise für mich muss es natürlich mir gefallen, aber für euch muss es euch gefallen. Das heißt, ob ich jetzt erzähle, die Pfeife ist schön oder die Pfeife ist hässlich, muss euch im Endeffekt einfach nicht interessieren. Denn ihr müsst für euch überlegen, finde ich das Ding nice, finde ich das Ding nicht nice. Mit den wechselbaren Sleeves, die man natürlich immer noch hat. Und übrigens, es passen auch noch die Breeze 1 Sleeves drauf. Natürlich ohne die Entlüftungsfeature oben. Da könnte man nur die eine Entlüftungsvariante unten von der Base benutzen. Aber wenn ihr noch super viele Breeze 1 Sleeves habt, sind die auf jeden Fall jetzt nicht komplett unnütz. Die könnt ihr immer noch auf eurer Breeze 2 benutzen. Mit den Wechselsleeves finde ich aber, dass eigentlich für jeden was dabei ist. Klar, wenn jetzt jemand sagt, nee, ich will eine Edelstahlpfeife oder ich will eine große Pfeife oder ich will eine 4-Schlauchpfeife, dann ist die Breeze nichts für euch. Für mich persönlich, wo ich auf kleine bis mittelgroße Pfeifen stehe, eh nur einen Schlauchanschluss brauche, ist das natürlich perfekt. Es hat ja auch einen Grund, dass ich 4 Breeze 1 habe. Ich bin absoluter Liebhaber von der Pfeife. Deswegen, vielleicht bin ich auch ein bisschen biased, was Mose angeht, aber ich feiere die Produkte halt einfach hart. Muss ich nochmal kurz an der Stelle sagen, aber die Leute, die mich kennen, wissen das. Ich rauche schon ewig super, super gerne mit den Mosepfeifen und so eben jetzt auch die Breeze 2. Ich konnte sie euch ja leider noch nicht im Stream und Co. zeigen, beziehungsweise wenn das Video rauskommt, konnte ich sie schon ein paar Mal im Stream benutzen. Aber bis zum heutigen Zeitpunkt, wo ich das drehe, dürfte ich sie euch leider noch nicht zeigen, auch wenn ich sie schon ein bisschen daheim hatte. Aber wenn ich nicht am Streamen war, dann habe ich sie sehr, sehr gerne geraucht. Aber long story short, für mich die Optik absolut geil. Also ich habe ja schon die Breeze 1 geliebt und die Breeze 2 ist ein würdiger Nachfolger. Sie hat dieselbe Breeze DNA, aber hat nochmal ein paar sehr nice Verbesserungen, ein paar sehr nice neue Feature. Ich habe mich auf jeden Fall wieder neu in die Breeze Modelle verliebt. Mit den neuen Sleeves, die super, super nice sind. Habt ihr auch schon ein paar Farben in dem Porn eben gesehen. Einfach super geil, dass man das so anpassen kann. Was auch noch ein cooles Detail ist bei der Optik. Wenn ihr jetzt eins von den neuen Sleeves habt, die so ein bisschen durchsichtig sind, dann seht ihr sogar noch den Rauch drinnen entlang schießen, wenn ihr irgendwie oben eine Entlüftungsvariante benutzt. Oder wenn ihr eine der drei oben liegenden Entlüftungsvarianten benutzt. Nochmal als Recap. Ihr könnt ihr entweder von unten von der Base entlüften, unter dem Teller nach unten entlüften, ohne die eingelegte Platte oben auf dem Teller am Kopf vorbei entlüften. Oder ihr verschraubt noch den Teller mit. Und übrigens, der ist verschraubt, was sehr geil ist. Zum Beispiel bei der Hawk. Der Vergleich kommt halt oft, weil die auch vom Teller entlüften kann. Da ist das Ganze nicht verschraubt. Da liegt einfach so eine Platte drauf. Das ist bei der Breeze anders. Da ist der Teller wirklich verschraubt. Das ist schön stabil hier. Da wackelt nichts rum, wenn man die Pfeife rumdrägt. Aber ja, die zwei Varianten nach oben gibt es auch noch. Entweder ohne die Platte am Kopf entlang oder mit der Platte vom Teller weg. Wie gesagt, meine Lieblingsvariante da auf jeden Fall die, wo der Rauch so schön vom Teller fällt. Das ist einfach Next Level Entlüftungssystem. Sieht einfach super, super geil aus. Aber long story short, Breeze 2 Design mäßig, Optik mäßig für mich absolut genial. Ich wüsste nicht, was ich noch anders machen will, was ich noch besser machen könnte. Oder was Mose noch besser machen könnte. Tipptopp. Also, Preis ist in Ordnung. Lieferumfang, gerade mit Code SWG, absolut in Ordnung. Vor allem für den Preis von 150 Euro. Optik, für mich persönlich sehr, sehr nice. Aber wie gesagt, müsst ihr selbst wissen, bleibt uns noch unser wichtigster Punkt, das Rauchverhalten. Ich finde, der Durchzug ist nochmal ein bisschen besser geworden. War ja auch was, was ich bei der Breeze ein kleines bisschen bemängelt habe. Es war nicht so, dass der Durchzug schlecht war. Aber ich hätte mir immer noch so ein kleines bisschen mehr an Durchzug gewünscht. Und genau das hat die Breeze 2. Auf einer Skala von 0 bis 10 würde ich sowieso bei einer 7,5 oder 8 einordnen, was für mich das Optimum ist. Also, mein perfekter Punkt liegt so um die 8. Es könnte immer noch ein klitzekleines bisschen mehr für mich sein. Aber wirklich nur ein kleines bisschen. Aber auch so bin ich absolut zufrieden mit dem Durchzug. Ihr habt noch den Diffusor unten dran, den ihr umdrehen könnt. Der wird entweder mit der Diffusorseite nach oben oder mit der Diffusorseite nach unten draufgeschraubt. Und je nachdem habt ihr dann entweder den Diffusor an oder aus. Ohne Diffusor geht es auch. Klingt relativ ähnlich zur alten Breeze, muss ich sagen. Mit Diffusor sehr, sehr nice. Es ist wirklich eine schön leise Pfeife. Die lautesten Geräusche, die man hört, sind eigentlich das Zischen vom Kopf. Ja, passt top. Also, raufhalten, sehr, sehr geil. Anzug ist sehr direkt. Klar, es ist eine sehr, sehr kleine Pfeife. Ihr habt kein großes Bowlvolumen. Das heißt, der frische Rauch aus dem Kopf, wenn ihr zieht, ist sehr, sehr schnell auch bei euch in der Lunge. Ihr habt wenig abgestandenen Rauch, der in der Bowl ist. Ihr habt natürlich auch einen Closed Chamber, was dafür sorgt, dass man die Bowl relativ entlüften kann. Außerdem sorgt das Closed Chamber natürlich dafür, dass das Entlüften ein bisschen nicer aussieht. Ihr habt mehr Power, um da schnell viel Rauch aus dem Entlüftungssystem rauszuballern. Was halt dafür sorgt, dass das Entlüften deutlich brachialer aussieht als ohne Closed Chamber. Closed Chamber an sich eigentlich eher eine Spielerei. Gerade bei kleinen Pfeifen braucht man es meiner Meinung nach nicht. Außer, es gibt eben ein fancy Entlüftungssystem. Dann ist das nicht nur nice to have, sondern ist das auch wirklich ein Feature, das man gebrauchen kann. Durchzug, Anzug, Diffusorleistung, Entlüften. Es funktioniert alles sehr, sehr gut. Die Entlüftungsvarianten gehen alle relativ leicht. Bis auf die auf dem Teller. Da muss man schon ein bisschen fester pusten. Ist aber relativ normal, wenn man das halt durch die ganze Pfeife durchdrückt und dann noch aus diesem Tellerrand hier rausdrückt. Das ist der weiteste Weg. Das sind relativ kleine Öffnungen, aber dafür sieht es dann auch eben so nice aus, wie das jetzt aussieht. Das heißt, es muss so sein. Da führt kein Weg dran vorbei. Könnte man da einfach reinballern, würde hier kurz ein bisschen Rauch rausschießen und dann würde das Ganze nicht nice aussehen. Das heißt, da muss man von der Herstellerseite aus schon eine kleine Restriktion einbauen, dass der Rauch dann nicht einfach rausballert, sondern eben in einer schönen Art und Weise austritt. Und genau das ist eben auch hier der Fall. Ja, Leute, ihr merkt das schon. Also es gibt irgendwie keinen Punkt, den ich bemängeln kann. Klar, man könnte sagen, schade, dass sie teurer geworden ist als die alte Breeze. Aber dafür hat man jetzt auch noch ein Mundstück dabei mit passendem Sleeve zu der Pfeife, die man sich bestellt. Sie hat ganz viele neue Feature und ist sozusagen, wenn man davon ausgeht, dass die 15 Euro aufgrund des Mundstücks gehen. Also sagen wir mal, das Mundstück hat 15 Euro gekostet, dann ist die Breeze eigentlich nicht teurer geworden. Und das, obwohl sie viel, viel geiler geworden ist. Ich war ja schon Fan der alten Breeze, aber die neue Breeze ist einfach nochmal Next Level, a.k.a. Breeze Level 2, deswegen auch Breeze 2. Ein kleiner Punkt, der mir nicht so gut gefällt, was ich auf jeden Fall sagen will, diese Mundstück-Extension. Also das Mundstück kommt ja nochmal kurz zu euch. So, ich habe es kurz nochmal abgeschraubt. Also so kommt das Mundstück eigentlich. Und dieses Stück hier muss man extra kaufen. Ich hätte mir gewünscht, dass das direkt schon dabei ist. Es ist aber ein Extra, das man noch dazu kaufen muss. Ich glaube, es kostet 10 oder 15 Euro, was für so ein kleines Stück Metall schon relativ viel ist. Da hätte ich mir gewünscht, dass es vielleicht nur ein Fünfer kostet. Aber klar, die Teile müssen einzeln gedreht werden, einzeln verpackt werden, einzeln verschickt werden. Das kostet natürlich ein bisschen mehr. Wenn man die Pfeife aber hauptsächlich daheim rauchen will, muss man meiner Meinung nach dieses Stück noch dazu kaufen. Klar, es funktioniert natürlich auch so, aber mir wäre das Mundstück auf Dauer so deutlich zu kurz. Zum Mitnehmen, und dafür eignet sich die Breeze 2 natürlich auch wieder hervorragend durch ihren kleinen Formfaktor, gefällt mir das so besser. Aber wenn ich die daheim rauche, dann will ich das lange Mundstück nehmen und dann muss man eben nochmal 15 Euro drauflegen. Ihr könnt sie euch natürlich erstmal so holen, guckt, ob euch das passt. Wenn ihr sagt, ich will noch ein langeres Mundstück, dann kauft ihr entweder noch dieses Stück dazu oder holt euch noch ein anderes Mundstück und dann habt ihr das auch wieder. Aber dafür, dass ein Mundstück dabei ist, ist mir das Normale ein bisschen zu kurz. Ist aber vermutlich oder ist auch der einzige Punkt, den ich bei der Breeze 2 bemängeln kann oder so ein kleiner Negativpunkt. Aber abgesehen davon bin ich krass zufrieden mit der Breeze 2. Es ist natürlich eine heftige Aufgabe, in die Fußstapfen von der Pfeife zu treten, die so gut ankam. Ich meine, die Breeze ist bestimmt einer der meistverkauften Pfeifen in 2019 und 2020 gewesen. Das ist schon krass, aber ich muss sagen, Respekt an Mose. Die Breeze 2 ist auf jeden Fall ein würdiger Nachfolger für die Breeze 1. Ich bin sehr happy, dass sie da ist. Ich rauche sie sehr, sehr gerne. Das soll es mit dem kurzen Review auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, der Porn hat euch gefallen. Leute, es war sehr, sehr viel Arbeit, gerade mit dem Porn. Das hat mich den ganzen Tag gekostet. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dafür noch einen Daumen nach oben oder ein Abo auf dem Video raushauen würdet. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.